natürlich sehr langer Weg vielleicht schicken wir uns auch irgendwann mal Fotos aber ich weiß nicht ob wir uns nochmal persönlich kennenlernen wäre schon nice eigentlich so so wir sind fast in Paris ich bin jetzt echt gespannt wie das wird bald sind wir da ich bin echt gespannt was mich jetzt erwartet scheiße es ist Nacht naja komm dann schlafen wir dann irgendwo in Paris da werden wir ein schönes Hotel finden und zwar den schönen Parkplatz ist doch ein wunderschönes Hotel ja wir brauchen schon Zimmer einfach einen Parkplatz und einen Lkw haben und schon passt es so jetzt kommt gleich sie haben eine Arbeitsinventur entdeckt oder sie haben einen Volvo Händler oder einen Iveco Händler entdeckt oh ich muss da abfahren halt du bist einfach nur bescheuert oder ich hab geblinkt die wissen denn was blinken heißt ohne Spaß man blinkt fast umsonst oh lol ich muss hier noch gar nicht abfahren jetzt bin ich genutzt ja Arbeitsinventur da können wir ja bald mal gucken ob wir schöne ob wir ein paar gute Fahrer finden so bis jetzt hab ich noch nie einen Eiffelturm entdeckt aber was nicht ist kann der noch kommen sein ganz ein beurufe w w Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gibt's hier was zum Schlafen? Ich hoffe, ja. Das wäre ja wirklich ein bisschen peinlich für Paris. Da, da gibt's was. Ah, nee, da ist eine Werkstatt. Da ist eine Werkstatt. Das ist gut. Werkstätte sind immer gut. So, jetzt müssen wir da lang. Das mag uns jetzt erstmal egal sein, was hier alles ist. Auch die rote Ampel. Ist uns völlig egal. Ja, denn ich will jetzt hier einfach erstmal schlafen und den Eiffelturm entdecken. Ich weiß, ich glaub nicht, dass Paris so aussieht, oder? So hässlich. Na ja, irgendwie sehen alle Städte gleich aus. Aber trotzdem, es gibt ja diese Merkmale. Die muss ich sagen, sind wirklich extrem geil. Ach, ein Renault-Händler. Sehr schön. So, guten Morgen. So, wir gucken jetzt erstmal. Nee, Frachtmarkt. Was es hier so gibt. So. Ist mir jetzt egal. Meine Freunde. Da ist er. Der Eiffelturm. So. Wir nehmen aber jetzt gerade schon mal den nächsten Auftrag an. Ach ja. So. Wo fährst du da drüber? Na, geht jetzt nicht mehr scheiße. Na ja, egal. Okay, komm. Wir machen jetzt hier eine Pause. Haben einiges geschafft. Eigentlich nicht die lange Aufnahme, aber trotzdem haben wir nur ein paar Euro mehr. Aber trotzdem. Ich hab wenigstens es geschafft, ein paar Folgen zu machen. Also dann, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020